Klapsenmühle Klapsenmühlen sind Studien an den Menschen. Klapsenmühlen sind gefährlich. Wenn man drin war, wandert allzu schnell wieder nicht hinaus. Ich habe schon viele sterbend hörend. Doch Gott der Liebe und Geduld, auf welcher Seite steht ihr? Jesus war für die Kranken da und ein Weg gelebt nach Frieden und Gerechtigkeit. Klapsenmühlen gibt es schon lange. Klapsenmühle bedeutet Angst. Klapsenmühlen sind Profit. Klapsenmühle 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 Untertitelung des ZDF, 2020